tough binding large plate gott hoffentlich reicht es doch für so viel und tough to root tough to root tough to root und der exquieter head na komm ja es reicht noch so schaufel die platte noch rein das eiserschwert kann ich doch jetzt eigentlich da rein schmeißen so eine kacke da kommt es hin und wo ist mein exquieter da ist er kommt hier rein schaufel bist du noch unten ne ne ich bin oben was wollte ich wie hieß jetzt meine schaufel handbagger ich gehe gleich schlafen moment warte ich muss erst mal hinlaufen deshalb war ja die frage ich habe meine werkzeuge gemacht so das ist dann erst mal den handbagger und die axt mit emerald versehen wenn ich mal gucken könnte wo ist denn ticke es kostet nicht damit ich jetzt falsch bin 87 hast du dir ein inhaltsverzeichnis gemacht oder was nein aber das buch hat ein inhaltsverzeichnis so du guckst dir gott wie heißt jetzt noch mal dieses komische buch der kauf ach ja und ich brauche das mehr platz auf meinem schreibtisch man da kommst du halt runter so uff kauf noch nether quartz das lege ich erst mal meine taschen ausleeren und hier noch da auch noch so schön so gefällt mir das schon eher genau dann kann ich das jetzt alles da raus den delen spaß noch mehr machen der letzte anlager ist voll ähm immerwalsch habe ich noch vier ich brauche für genau zwei stück und jetzt brauche ich ich habe nur 19 nether quartz das ist jetzt ungünstig ich habe ja noch welchen drüben ne und sowas was ich denn hier auch habe äh erst mal hier auf die schaufel die emerald auf die axt den emerald dann auch das schwert schon mal den quarz was bringt quarz? ähm schärfe also attack damage wird erhöht und davon braucht man ungefähr drei millionen jetzt habe ich vergesse was ich mache ahja schaufel will ich mir machen so ich muss meine sachen hier noch wegräumen und dann in den nether nickel du bist nickel du bist led wo ist led was machst du denn im nether? ja ich brauche doch den ohr was hast du mit meinem nether quarz? nein nether quarz ach so im branium hatte ich noch nie das halte ich jetzt aber für ein geruch äh gerüchter doch so ich brauche sand iron silva oder gold silva nickel habe ich jetzt alle ja und hat jetzt meine antiquitierten äh werfzeuge darf ich noch ein bisschen essen hoppala ab in den nether hoppala hoppala du bist mal um mich aber wolltest du nicht erst das portal umsetzen? ne ich habe noch keinen platz gefunden mein block steht als nicht das fügen bleibt das jetzt erst mal hier stehen ok nether quarz so wie viel sand habe ich jetzt? lol man kann sogar quarzsand haben mhm ah den brauchst du später glaube ich für irgendwelche energiesachen also ich soll den aufheben oder wie? jo ok das ist schon der blaue ne? ne der heißt einfach nur quarzsand ach quarzsand ah ok naja dann ist es wurscht ich dachte jetzt zuerst einen anderen ich habe quarzsand sand und chertsand oder steht bei underground biomes also ich glaube nicht das ist ne das ist einfach nur pico ok traurigerweise schauen die alle drei gleich aus ja die sind bloß beim platzieren unterscheiden sie sich ein bisschen hm ich stelle jetzt mal nebeneinander hin mal gucken was passiert so du bist normaler Sand drei blöcke nebeneinander stehen die sehen alle drei gleich aus echt ja ach ich habe die hm moment block of quarz da kann ich doch kann ich da kein ich würde gerne normalen quarz draus machen warum war mein Ofen dort weiß ich nicht ich brauche nen Crusher hast du schon beim Puffern gesagt ja und ich wollte glaube ich auch einen wenn ich mich nicht hier oder äh das wollte ich nicht wegen irgendwas aber ich weiß nicht mehr wegen was keine ahnung wenn du es nicht weißt ich merke nicht mehr meine eigene Sachen du hast mir wegen irgendwas gesagt dass das ziemlich nice ist weil ich was brauche äh vielleicht für Oraniumherstellung weil du dann mehr rauskriegst von einem Ding aber das ist nicht der Crusher den ich brauche weil du brauchst dann glaube ich einen Pulverizer du meinst den Mob Crusher oder meinst du den normalen Crusher den normalen Crusher die Maschine das ist ein sticky business die Maschine uh das kann ich sogar herstellen geil das ist eigentlich mal etwas was ich google was du sagst und ich sogar machen kann also wenn wir von dem selben ich entwickle mich weiter also wenn wir von dem selben reden schon weil das ist ein Multi-Block den ich mein ja hier von Immersive Engineering Extra Utilities das was du meinst ist ein Crusher also der normale Crusher ist von Extra Utilities 2 Crusher Projector gibt es noch von Immersive Petroleum und dann Mob Crusher von Industrial Foregoing Ah der Crusher ist einfacher zu machen okay ich nehm den Crusher gut dass du es sagst weißt du nicht dass es von denen auch noch einen Crusher gibt ich glaub den letzten Crusher willst du nicht weil das ist irgendwas was den Mob Crusher Primal Crusher was ich hab da noch ein viertes das heißt Primal Crusher das kannst du tragen ja das ist nun das ist ne ne Wache oder? ja von Dawncraft man muss sich mal auskennen ich ich brauche ich ich aber ich glaube ich einen Pulverreiser auch schon machen könnte und ich Das sollte ich auch schon hinkriegen. The basic. Hm. Das sind Sachen, die kenn ich nicht. Das sind aber alle die Schwertchen machen, glaub ich. Machine Frame. Machine Frame. Mein Gott. Okay, Gold hab ich glaub ich noch gar nicht entdeckt in dem Spiel. Ja. Das ist relativ selten leider. Achso, das geht alles in die Tasche rein. 62 hab ich erst. Es gibt so nen Glasschneider, oder? Glasschneider? Wo man dann so Glasspanes bekommt. Also Glasspanes kriegst du auch so. Oh, okay. Wie bekommt man dieses Glas, was du am Bahnhof hast? Mit nem Schüssel. Also da brauchst du ne Glasscheibe und ne Schüssel. Schüssel. Wie schreibt man Schüssel? Schüssel. Oh. Äh. Ch... Ch... I... S... E... L. Schüssel. Schüssel. Schüssel mein Nissen. Schüssel. So... Architec's Schüssel, oder was? Äh, ne, die Schüssel Schüssel. Ch... Schüssel. C-H-I-S-I-L. Ja, da sind nämlich 100.000 Sachen bei mir. Äh, zweite Reihe von unten. Also die Schüssel ist von der Bot Schüssel. Oh. Schüssel. Oh. Diamond Schüssel. Eishizzle. Ach, ein Meißel. Ja. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Ja, das ist ja easy zu machen. Okay. So Dekosachen sind oft einfach zu machen. Das ist dieses Auto-Gizzle, was du da hast. Für die Kuppel. Autosch... Nein, nein, nein. Autoschüssel ist, wenn's automatisch geschüsselt wird. Wenn du's hinten reinpackst und vorne kommt's automatisch geschüsselt raus. Das, was ich für die Kuppel verwendet hab, war ganz normaler Schüsselstein. Nur, dass ich sie halt nicht mehr schüsseln musste, weil ich ja im Creative bin. Das ist so viel Schiesel für mich. Ich hab da grad was cooles entdeckt. Ich hab mich verlaufen. Schiesel Quad Bonfire. Oh ja, das ist schön. Schiesel Quad Block fliegt in Steel in den Holz. Und was macht man mit dieser Saw? Ähm, Diamond Bit Saw. Okay, was? Ähm, Diamond Bit Saw. Äh, keine Ahnung, das ist ein Schüssel. Schüssel und Bits, damit hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Okay. Damit kann man seine Steine in die einzelnen kleinen Felder, die man sieht, ähm, aufteilen. Und dann damit bauen. Mit diesen winzig kleinen Teilen. Okay. Äh, schau, dass ich mit einer Diamant-Chisel machen kann. So muss ich aufpassen, dass ich die richtige Chisel mache. Moment. Oh ja. Block of Quarz. Ach, deine Chisel. Chisel, Chisel. Chisel, Chisel. Ach so, da taucht automatisch ein kleines Fenster auf. Hm, da packst du den Block da rein und dann kriegst du alle Auswahlmöglichkeiten, wie du den umändern kannst. Jesus. Dieses Spiel macht mich fertig. Du, das ist, du, du kratzt erst an der Oberfläche. Ja, ich seh schon. Das ist das Beste da dran. Willst, dass ich einen Nervenzusammenbruch krieg? Na, du kannst die ganzen Technik-Sachen noch nicht. Mhm. Oh my god. Niuu. Glas. Glas. Noch mehr Glas. Oh my god. Das Mosaik. Mosaik. Fuck. Was los? Ich hab unabsichtliche Glas gemacht. Nein, du kannst die einfach wieder umschüsseln. Du kannst den Stack. Du kannst dich einfach wieder umschüsseln. Ja. So krass schnell geht die Schüssel nicht kaputt. So, bisschen Knochen noch mitnehmen. Irgendwann brauch ich bestimmt Knochenmehl. Ich probier einfach das jetzt mal. Achso, ich muss das auch da rausnehmen wieder. Mhm. Wir gucken, wie das aussieht. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen heute. Okay, sieht kacke aus. Und was? Äh, das Dorf umbauen. Das hat gut funktioniert. Da drüben ist das Tor. Jetzt muss ich erstmal über hier aus dem Nether raus. Uh, das Glas ist... Uh, uh. Ja. 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 Ja.